Also ich würde sagen, Hunsdorfer gegen Kohl war genau die Koalitionsregierung, die wir derzeit haben. Die können miteinander einfach nicht, die muss man trennen, man muss entweder die Roten mit den anderen machen lassen oder die Schwarzen miteinander. Die sind unfähig miteinander einen gemeinsamen Nenner zu finden, das ist die Katastrophe an der derzeitigen Regierung. Deswegen haben wir eine Talfahrt in der Wirtschaft, in der Arbeitslosigkeit und in allen Problemen, die es gibt, geht es nur bergab, weil die beiden miteinander nicht können. Weil sie glauben nach 70 Jahren Zweiter Republik mit wenigen Ausnahmen, dass sie das Land beherrschen müssen. Aber sie wissen nicht, wie sie es beherrschen, weil sie miteinander nicht können und damit muss Schluss sein.